Na hallo ihr da draußen. Grüß dich Cookie. Ja, grüß dich. Ja, unser Cookie, du, der kennt sich aus, der hat ja letztes Mal schon gesagt, es würde Winter aber näher, hat er immer noch korrigiert und hat gesagt, ist Herbst. Ja, und im Herbst, Cookie, was meinst du, was gibt es denn da für ein Gemüse? Na, Meeren und Kartoffeln. Naja, die gibt es ja immer irgendwo im Laden. Aber was gibt es denn im Herbst hauptsächlich oder ganz besonders? Überleg mal. Erdbeeren. Nee, doch keine Erdbeeren. Cookie. Hast du schon mal was von so einem großen Orangengemüse gehört? Da kann man auch Suppe draus machen. Hmm. Ich verrate dir es mal. Kürbisse. Ach, Kürbis. Ja, das ist cool. Ja, Kürbis. Ja, wisst ihr was? Und da gibt es ein ganz schönes Herbstlied von den Kürbissen. Wir kennen das ja schon von unseren Zehen. Dann müssen wir erst mal zählen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Hast du auch zehn Finger? Ich hab doch keine Finger. Ach so. Ja, okay. Cookie hat ja keine Finger. Also. Zehn kleine Kürbisse. Die rollten in der Scheune. Dem einen, dem ist schlecht geworden. Da waren es nur noch. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, sechs, sieben, acht, neun. Richtig. Neun kleine Kürbisse. Die scherzten in der Nacht. Die haben gelacht und Witze gemacht. Der eine lachte sich zu Matsch. Da waren es nur noch. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Acht. Acht kleine Kürbisse. Die ließen Drachen fliegen. Ach, ist das schön. Das macht man nämlich im Herbst, ja. Der eine, der war wahrscheinlich zu leicht. Der, den hat es davon geweht. Uh, da waren es nur noch. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Sieben kleine Kürbisse. Sieben kleine Kürbisse. Die ärgerten die Hex. Na, 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 na. Der eine wurde verzaubert. Simsalabim. Jetzt bist du eine Maus. Da waren es nur noch. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Genau. Sechs kleine Kürbisse. Verkleiden sich als Schlümpf. Na, Gucki, wie muss ein Schlümpf werden? Na, blau. Hm. Der eine ist nicht blau geworden. Drum waren es nur noch. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Fünf kleine Kürbisse. Die sahen ein großes Tier. Oh, guck mal. Der eine, uh, 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 hatte Angst davor. Da waren es nur noch. Eins, zwei, drei, vier. Vier kleine Kürbisse. Die kochten einen Brei. Hm, der ist aber lecker. Der Ei, dem einen, hm, hat es nicht geschmeckt. Da waren es nur noch. Drei. Eins, zwei, drei. Drei kleine Kürbisse. Die stritten sich auch wei. Macht er das auch manchmal? Guck mal. Das meine, ich hab recht. Nee, du, äh. Der eine hatte keine Lust mehr zum Streiten. Der eine ist davon gerollt. Da waren es nur noch. Zwei. Zwei kleine Kürbisse. Die sprangen in den Eimer. Plupp. Pssst, boi. Der eine ging kaputt dabei. Da war es nur noch. Einer. Ein kleiner Kürbis. Wollt die anderen wiedersehen. Aber da sind ja auch welche kaputt gegangen. Guck ich, was machen wir denn da? Ein Zauberfeuer. Ach ja. Drum zündet er ein Feuer an. Ja, ein Zauberfeuer. Da waren es wieder. Na, wie viel? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Ich sehe gerade hier, ist ein tolles Schattenspiel hier. Da kann man ja auch wunderbar Schatten machen. Also hier, herrlich. Ja, ich wünsche euch bei diesem Zahlenlied im Herbst, ein ganz schöner Monat, ganz, ganz viel Spaß und ganz viel Freude. Genießt euer Leben mit Mama und Papa und überall dort, wo ihr seid. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.